Heute bespreche ich eine Aufgabe zur Auftragszeit. Für die Aufgabe sind verschiedene Vorgaben bzw. Variablen gegeben. Es geht um Getriebegehäuse, die produziert werden sollen. Und bei diesen Getriebegehäusen soll man die Zeit, die Einheit und die Auftragszeit berechnen. Fangen wir mit der Zeit je Einheit an. Die Zeit je Einheit ergibt sich aus der Grundzeit, der Erholungszeit und der Verteilzeit. Da wir die Grundzeit noch nicht gegeben haben, versuchen wir zuerst die Grundzeit zu berechnen. Für die Grundzeit brauche ich die Tätigkeitszeit. Und die Tätigkeitszeit berechnet sich aus der unbeeinflussbaren Tätigkeitszeit und der beeinflussbaren Tätigkeitszeit. In unserem Fall 28 plus 50 Minuten pro Stück ergibt 78 Minuten pro Stück. Für die Grundzeit benötigen wir noch die Wartezeit. Die Wartezeit ist in der Aufgabe gegeben. Deshalb 78 Minuten plus 2 Minuten Wartezeit ergibt 80 Minuten pro Stück Grundzeit. Jetzt können wir die Zeit je Einheit berechnen. Denn die berechnet sich aus der Grundzeit plus der Erholungszeit plus der Verteilzeit. Für die Erholungszeit haben wir einen Erholungszeitzuschlag für das Ausführen und wir haben einen Verteilzeitzuschlag für das Ausführen. Mit diesen Zuschlagsätzen können wir die jeweiligen Zeiten berechnen. In unserem Beispiel für die Erholungszeit 5 geteilt durch 100, damit wir die 5% haben, mal 80 der Grundzeit ist gleich 4 Minuten. Für die Verteilzeit nehmen wir auch den Zuschlag mit 10%. 10 geteilt durch 100 mal 80 ergibt 8 Minuten pro Stück, die dazukommen. 80 plus 4 plus 8 gibt die 92 Minuten pro Stück, die ich benötige, um eine Einheit zu machen. Damit können wir zur Aufgabe B und die Auftragszeit wechseln. Die Auftragszeit setzt sich zusammen aus der Rüstzeit und der Ausführungszeit. Schauen wir uns zuerst die Rüstzeit an. Die Rüstzeit wiederum setzt sich zusammen aus der Rüstgrundzeit, der Rüsterholzeit und der Rüstverteilzeit. In unserem Beispiel haben wir eine Rüstgrundzeit von 25 Minuten pro Los. Und wir haben einen Rüstvertrag von 16% und einen Rüsterholungszeitzuschlag von 5%. Das bedeutet für die Erholung 5 geteilt durch 100 mal die Grundzeit von 25 ergibt 1,25 Minuten pro Stück. Und bei der Rüstverteilzeit mit 16% und 16 geteilt durch 100 mal 25 ist gleich 4. Wir erhalten eine Rüstzeit von 30,25 Minuten. Die Auftragszeit berechnet sich aus der Rüstzeit und der Ausführungszeit. Bei der Rüstzeit ist zu beachten, wir wollen 20 Stück herstellen und haben eine Losgröße von 10 Stück. Das heißt, wir müssen die Maschine zweimal rüsten, um die 20 Stück zu bekommen. Dementsprechend haben wir zwei Lose, die wir machen. Weil eine Losgröße hat 10 Stück. 30,25 mal 2 plus die 92 Minuten pro Stück haben wir uns bei A errechnet. Mal 20 Stück wollen wir produzieren und das zusammengerechnet ergibt 1.900,5 Minuten für den Auftrag.